Oh, Klasse. Rex, wo ist Anakin? Anakin, ich muss mit ihm über diese Mission sprechen. Na ja, General, er ist... Er ist doch in eurer Unterkunft, oder? Ja, Sir. Was geht hier vor, Rex? Äh, gar nichts, Sir. Ich warte nur auf den General. Äh, General. Ich hab schon bessere Ausreden gehört, Captain. Und was genau tut Anakin da drin? Äh, er überprüft meine Ausrüstung, Sir. Wirklich? Ganz allein? Äh, na ja. Hier, fang, Rex. Und mach ihn nicht wieder so schnell kaputt. Anakin, was diese Mission angeht, der Rat hält sie... Für ne gute Idee? Ja, ich auch. Legen wir los, Rex. Nein, warte. Das ist nicht... Ich hoffe, du hast Padme wenigstens Grüße von mir bestellt. Ich hoffe, es hat sich ganz gut un環境適 Mir ab und funktioniert. Ich hoffe, es hat sich in einem Erik, der geeriault Alémорт薪he von mir bestellt. Untertitelung des ZDF, 2020